da ist keine tut kein knopf auch kein knopf und kein sieg wird da war auch nichts versteckt da ist nichts da sehe ich nichts und ja an den wänden brauche ich auch nicht nach großartig das sequels suchen ich verstehe immer noch diesen hebel hier nicht bleib doch mal oben und dann geh runter hier sind auch so viele nischen also solche gitter hier kann ich durch und könnte den crystallisation spruch eben noch einsacken hier sind halt ranken aber keine knöpfe er ist auch kein knopf das hier sieht halt irgendwie komisch aus aber selbst hier ist kein knopf und an der nackten wand hier ist auch kein knopf die dunkelheit hilft mir leider auch nicht wirklich dass ich hier was vielleicht glitzern oder glänzen sehe oder ähnliches und nehme der fackel rumlaufen das bringt mir leider auch nicht viel ihr seid alle gelöscht du bist auch gelöscht da drin machen halt die schatten was sie wollen ich sehe allerdings nichts ich sehe allerdings nichts leuchtest jetzt aber das macht auch nicht wirklich einen unterschied ich sollte natürlich auch die dunkelheit mal weg machen damit die fackel die ich gerade in der hand habe auch was bringt ich sehe die wahl und ich sehe mal ich sehe die ich sehe ich sehe die an Anzünde. Macht das auch nichts. Wenn ich den da brennen lasse und die auf der Seite lösche. Passiert auch nichts großartiges. Da ist die eine Flamme. Hier ist die zweite und die dritte ist da. Also im Augenblick ist nur die gegenüber vom Schlüsselloch an. Das ist, wenn ich das Ganze rumdrehe. Hm. Das hat jetzt schon mal nicht geholfen, weil ich muss wahrscheinlich... ...erst dich löschen. Dich aufmachen. Dich anmachen. Ich habe auch keine Rune in der Symbolik. Ach doch, ich hätte eine Flammenrune. Aber was bringt die mir bitte? Ich meine, die Dinger kann ich so nicht in Brand stecken. So könnte ich höchstens mich selber eben flambieren. Was zum Glück nicht arg wehtut. Das bringt mir auch nicht wirklich was. Was zum Glück nicht. Es gibt einen Zauber. Oder kann ich jede Kombination wählen? Ne, da kommt Fizzle raus. Okay. Das obere Fach konnte ich was reinlegen. Das da konnte ich auch was reinlegen, aber das war es auch schon, gell, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch nichts macht. Nein. Das bringt mich nur wieder hier rüber. Die kann ich da durchwerfen. Ich könnte hier durchschießen, macht aber auch nicht viel. Ich bin mal wieder lebensmöde. Okay, das bringt mich einfach nur um. Egal wie und ob ich mich rausporte. Okay. Okay. Es ändert nichts daran, dass ich hier nicht mehr reinkomme. Ja. Nee. Und ich bin mir sicher, dass hat auch nichts auf dieser Seite hier geändert. Ich habe da noch so einen Oh Shit Zauber, gell. Blood Curse. Blood Curse. Blood Curse. Dark Necrochemy. Healing Light. Smite. Smite Undead. Dark Missile. Cleansing Light. Oder war der hier wieder dabei? Prismic Prison, Detect Secrets, Prismic Assault. Nein. Ähm. Recharge Item. Anti-Magic Zone von Monsters. Das klingt nicht schlecht, aber bringt mir jetzt gerade nichts. Spirit Ward. Star Healing. Ah. Nee, das war dann doch... War das vielleicht hier drin? Shock Shield Lightning Invisibility. Nee, das war dann doch... Nein. Blink. Genau den. Ah ja, okay, hier kann ich nicht blinken. Und ja, ich habe eigentlich keine große Wahl mehr als nachzugucken. Weil mir fällt beim Westen Willen nichts mehr ein. Nur, dass ich mich so einsperren kann. So, kann ich das Feuer so löschen? Hilft mir allerdings auch nichts weiter. Weil ich glaube, hier muss alles mit den Dingern getriggert werden. Ne, ich muss gerade echt passen. Ich habe keine Ahnung. Ne. Hier baue ich den Orb. Und ansonsten ist hier nichts. Ne. Okay. Gut, bevor ich hier weiter rum irre. Quick Save. Cut. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.